Der Schüttgutwagen FALNS der VTG Heimatbahnhof Maschenrangierbahnhof Betriebszustand ab 2009 ist eine Neukonstruktion. Die Schüttgutwagen FALNS zeichnen sich als ideale Transportmittel für witterungsunempfindliche Massengüter aus und sind hierbei in ganz Europa, nicht selten auch in ganz Zügen unterwegs. Der Pico Schüttgutwagen überzeugt durch seine makellose Lackierung und Bedruckung. Fein detaillierte Trittstufen und Haltegriffe sowie die extra angesetzte gerade ausgerichtete Bremserbühne sowie der Zettelkasten trägt zum perfekten Gesamteindruck bei. Die Drehgestelle Alle sind detailgetreu wiedergegeben. Das Modell dieses Güterwagens ist ebenfalls mit einer Kurzkupplungskinematik zum vorbildgerechten Kuppeln ausgerüstet. Der bewährte offene vierachsige Schüttgutwagen FALNS wird beim Vorbild von vielen Bahnverwaltungen verwendet. Der neu konstruierte Schüttgutwagen überzeugt durch seine detaillierte und hochwertige Ausführung die ungetrübten Spielspaß beim Einsatz auf TT-Modellbahnanlagen verspricht. Darüber hinaus bietet sich der attraktive Wagen in der auffällig blauen Farbgebung buchstäblich als Farbtupfer in langen, gemischten Güterzügen oder im vorbildgerechten Einsatz in Ganzzügen an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017